Herzlich willkommen bei den DHV News. Diesmal kann ich endlich über das Urteil des Landesverfassungsgerichts Bayern berichten, über den Volksentscheid zum Gesetz zur Legalisierung von Cannabis. Letzte Woche konnte ich das ja nur ankündigen. Der Beschluss ist zwar schon vom Donnerstag letzter Woche, aber kam kurz nach dem Dreh des DHV Videos rein. Jetzt ist es soweit und ich kann berichten, dass das Volksbegehren vollständig abgelehnt worden ist. Das Ding ist also im Prinzip erledigt an dieser Stelle. Es wird nicht mehr weitergehen. Es wird kein Volksbegehren zu diesem Legalisierungsgesetz geben. Das haben wir von Anfang an im Prinzip gesagt vom Handverband, dass das Urteil, das wir erwartet haben, deswegen haben wir diese Kampagne auch nie offiziell unterstützt, weil eben formal gesehen eigentlich schon klar war, Bayern kann Cannabis nicht alleine vollständig legalisieren. Was ein Bundesland machen kann, ist eben die Durchführungsverordnung zum Beispiel zu ändern zur geringen Menge, wie stark genau die Repression ausgestaltet sein soll gegen Konsumenten in einem Bundesland. Bayern hat sich ja auch explizit dafür entschieden, das härteste Bundesland in Deutschland zu sein. Das ist natürlich kein Zufall, sondern ist durch gewisse Regeln so festgelegt. Aber komplett legalisieren kann ein Bundesland eben nicht. Trotzdem haben auch die HV-Ortsgruppen fleißig Unterschriften mitgesammelt und stellt sich natürlich die Frage, ja, was bleibt jetzt nach diesem Urteil? Und es ist schon einiges, was man durchaus positiv auch sagen kann. Zum Urteil selbst erstmal nicht zu verachten, einer der Richter am Landesverfassungsgericht hat ein Minderheitenvotum abgegeben und gesagt, also nach meiner Meinung hätte dieses Thema dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt werden müssen, um zu klären, ob nicht das ganze Handverbot insgesamt verfassungswidrig ist. Also es gibt auch Richter am Bayerischen Landesverfassungsgericht, die sagen, oder einen zumindest, der sagt, das geht so nicht, das ganze Ding ist aus meiner Sicht wahrscheinlich verfassungswidrig. Ein netter Hinweis am Rande, aber im Grunde das Wichtigste an der ganzen Kampagne war eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit, muss man wirklich auch mal so sagen. Das ganze Thema seit der ersten Unterschrift sozusagen war zigmal im Süden in den Medien, wurde auch positiv begleitet, also nicht nur irgendwelche Spinner da draußen, die Unterschriften sammeln, sondern durchaus ernstzunehmende Leute, die vernünftige Interviews gegeben haben und so weiter. Den Herrn Wenzel-Civerny da nochmal konkret genannt, der der Hauptzieher war bei der ganzen Angelegenheit und die meisten Unterschriften vermutlich gesammelt hat mit seiner monatelangen Tour durch Bayern. Das ist also ein auf jeden Fall sehr positiver Aspekt an der ganzen Sache und das hat klar gemacht, dass es in Bayern erheblichen Diskussionsbedarf gibt. Es sind ja immerhin über 20.000 gültige Unterschriften zusammengekommen und man hat also gemerkt in Bayern, das sind nicht nur zwei, drei einzelne Leute, die sich da was anderes wünschen, sondern das ist durchaus ein relevanter Teil der Bevölkerung. Und es wurde natürlich auch mit Bevölkerung gesprochen in diversen Infoständen, beim Unterschriften sammeln, wurden Aufklärungsgespräche und Diskussionen mit Passanten geführt. Auch das hat natürlich einen gewissen Wert und beeinflusst die öffentliche Meinung in Bayern. Und man sieht auch jetzt durch die Rückmeldungen, die wir von unseren Leuten in Bayern bekommen, dass die CSU sich jetzt aufgeschlossen hat, zeigt. Es gab zum Beispiel eine Sitzung der CSU, wo Legalisierer eingeladen wurden, wo sich die Argumente erstmals ernsthaft angehört wurden, wo die CSU bisher immer nur abgeblockt hat und nur gesagt hat, nein, wollen wir nicht, die sind sowieso alle verrückt, die Cannabis legalisieren wollen. Jetzt werden die Legalisierer ernst genommen und angehört. Und es gibt sogar offensichtlich innerhalb der CSU Leute, die auf unserer Seite sind, die selber eine Legalisierung für sinnvoll halten. Das ist sicherlich keine Mehrheit innerhalb der CSU, aber mittlerweile ist ganz offensichtlich auch da die Diskussion angekommen. Dann haben sich Grüne, FDP und Piraten solidarisch gezeigt, jetzt auch nach dem Urteil nochmal. Da zeigt sich auch immer wieder, die Front wird immer breiter. Es ist nicht mehr nur eine einzelne Partei oder eine einzelne Gruppe, die so einen Vorstoß macht, sondern letztendlich sind es nur noch die Union, CDU und CSU und in großen Teilen auch die SPD, die noch blockieren. Wobei das auch in Bayern zum Beispiel gar nicht mehr der Fall ist. Die SPD Bayern gehört ja auch zu den zwei Landesverbänden mittlerweile der SPD, die für die Legalisierung sind. Dazu kommt jetzt noch die Ankündigung der Aktivisten vor Ort, dass man eventuell ein weiteres Volksbegehren plant, das den rechtlichen Hürden entspricht. Zum Beispiel mehr abzielt auf die Kriminalisierung der Konsumenten und weniger auf eine komplette Legalisierung in Bayern. Da sind wir gespannt, ob sich da was stricken lässt und das wäre natürlich dann auch ein Punkt, wo wir dann auch von DHV-Seite aus mit mobilisieren würden. Man muss aber auch dazu sagen, wenn es tatsächlich mal zu so einem Volksbegehren kommt, also wo das Volk dann tatsächlich endgültig über so eine Maßnahme entscheiden kann, da geht es nicht nur um die paar 20.000 Unterschriften, um das überhaupt einzuleiten, sondern dann müssen 950.000 Unterschriften zusammenkommen und die müssen nicht auf der Straße gesammelt werden, sondern die Leute müssen richtig hingehen in die Bürgerämter und da ihre Unterschrift oder ihre Stimme abgeben. Und das ist natürlich ein wesentlich größer Mobilisierungsaufwand, wo schon auch fragwürdig ist, ob die Szene dazu tatsächlich die Kapazität hat. Aber selbst wenn dabei eine halbe Million Unterschriften nur zustande kommen würde im ersten Anlauf, wäre das ja schon ein riesiger Erfolg. Insofern immer weiter, früher oder später, werden wir die Mauern einrennen. Ein ähnlicher Vorgang in Schleswig-Holstein, nur viel kürzer vorgetragen. Der grüne Verkehrsexperte Tietze hat vorgeschlagen, wegen der maroden Straßen in Schleswig-Holstein, da wird viel Geld gebraucht, dass man doch endlich Cannabis legalisieren soll und die Steuern unter anderem eben zur Sanierung des Straßennetzes in Schleswig-Holstein nutzen sollte. Dieser Vorstoß wurde schnell wieder totgeschlagen, insbesondere vom Koalitionspartner SPD. Aber bei der Gelegenheit mal eine kleine Rückblende. Apropos Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein war in den 90er Jahren das liberalste Bundesland in Deutschland, zum Beispiel mit einer geringen Menge von 30 Gramm, bis zu der die Verfahren eingestellt wurden und die meisten Verfahren wurden tatsächlich auch eingestellt. Und dann vor der rot-grünen aktuellen Regierung gab es dann mal zwischendurch ein Zwischenspiel mit CDU-Beteiligung, wo dann die geringe Menge dramatisch auf 6 Gramm runtergeschraubt wurde und seitdem eben auch viel mehr Verfahren gegen Konsumenten mit einer Strafe enden. Dann seit 2012 gibt es eben die Koalition von SPD, Grünen und SSW nicht zu vergessen. Und die haben einen ganz guten Koalitionsvertrag gehabt, wo drin stand, wir wollen ein Modellprojekt zur Cannabisabgabe. Ne, das stand nicht drin. Aber wir wollen die geringe Menge wieder anheben. Wir wollen dazu eine Bundesratsinitiative machen und wieder liberaler umgehen mit den Konsumenten. Und zweitens ein Drug-Checking-Projekt einführen, wo also illegale Substanzen getestet werden können auf Reinheitsgehalt, Beimischungen und was überhaupt für ein Wirkstoff drin ist. Auch ein sehr fortschrittliches Thema, Projekt, was immer wieder auch auf Landesebene angesprochen wird. Aber leider kurz nach der Wahl 2012 wurde auch das beerdigt, insbesondere vom Koalitionspartner SPD. Da gab es also kurz nach der Veröffentlichung des Koalitionsvertrags ein paar kritische Presseartikel, ein paar kritische Stimmen aus dem Bereich der Suchtprävention und Horrorwarnungen von der CDU. Und dann hat ganz schnell die SPD das ganze Programm wieder eingestampft. Und seitdem ist nichts passiert in Schleswig-Holstein. Es ist dabei geblieben, was die CDU eingeführt hat vorher. Und man kommt da kein Schrittchen voran. Was in dem Fall aber vermutlich wirklich weniger am grünen Koalitionspartner sieht, wie man am aktuellen Vorstoß der Grünen auch wieder sieht, sondern tatsächlich an einer SPD, die an allen Ecken und Enden blockiert. Im Saarland eine ganz ähnliche Story. Da haben die Piraten auch einen Modellprojektantrag gestellt. Das Saarland sollte zur Modellregion, zur Vorreiterregion einer modernen Drogenpolitik werden. Auch wieder mit dem Thema Modellprojekt zur Cannabisabgabe mit wissenschaftlicher Begleitung. Einen ganz ähnlichen Antrag gab es dann auch von den Grünen. Und auch das wurde jetzt gerade letzte Woche abgelehnt, abgebügelt von der großen Koalition SPD und CDU wieder mal. Also auch da wurde ein Anlauf vereitelt. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, was sind das für komische Nachrichten hier überall? Sag ich nur, da wurde beschlossen, dass nichts passiert. Und hier wurde beschlossen, dass nichts passiert. Und da wurde auch beschlossen, dass nichts passiert. Ich bin selbst gespannt, welchen Titel wir dieser Sendung geben. Aber man muss ja auch sagen, erstens, bei jedem dieser Vorgänge wird öffentlich diskutiert. Zu jedem gibt es Zeitungsartikel, mehrere massenhaft zum Teil, wie bei der Sache da in Schleswig-Holstein mit dem Verkehrsexperten. Die ganze Diskussion bleibt am Laufen. Und man muss ja auch sagen, es gibt diese ganzen Vorstöße, über die ich hier berichten kann. Viel mehr als das früher der Fall gewesen ist. Und es ist im Prinzip so, dass überall die Legalisierer noch vor die Wand rennen, sich eine blutige Nase holen. Aber auch immer wieder neuen Anlauf nehmen. Und irgendwann wird diese Wand einbrechen. Das ist im Prinzip so der Tenor, der sich diese Woche durch die Nachrichten zieht. Und dazu passt dann auch die letzte Nachricht, die ich letzte Woche nicht gebracht habe, weil ich gedacht habe, okay, ist eigentlich keine Nachricht, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber hier passt es gut rein. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat nämlich den Straßenverkehrsgrenzwert von ein Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum bestätigt. Da hatten fünf Leute geklagt, die etwas über ein Nanogramm waren, so zwischen eins und drei und also völlig nichtern gefahren sind. Die waren offensichtlich nicht berauscht bei diesen Werten. Der Grenzwert von ein Nanogramm ist viel zu niedrig. Der hat nichts mit irgendeiner Wirkschwelle zu tun. Und ja, das Gericht hat es trotzdem bestätigt. Das Positive daran ist aber, dass in den ganzen Berichten über dieses Urteil jetzt nochmal rausgeholt wurde die Information, dass die Grenzwertkommission, die sich mit solchen Fragen beschäftigt, schon im September letzten Jahres vorgeschlagen hat, einen Grenzwert von drei Nanogramm einzuführen, beziehungsweise festgestellt hat, dass bis drei Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum überhaupt keine Wirkung zu erwarten ist und keinerlei negativen Einfluss auf den Straßenverkehr. Das stand im Prinzip bei jedem Artikel jetzt noch mit drin und das ist eine super Vorlage für weitere Gerichtsverfahren. Vielleicht entscheidet sich da ein anderes Gericht dann durchaus auch mal anders als das in Gelsenkirchen. Und das ist natürlich auch eine gute Vorlage für weitere politische Arbeit, auch bei uns beim DHV. Wir werden genau solche Vorschläge von hochoffizieller Seite nochmal zusammentragen und damit auch an die Politik herantreten und sagen, Leute, das kann nicht sein, dass Führerschein als Führerscheinrecht als Ersatzstrafe missbraucht wird und dass Leute, die nüchtern fahren, auf Dauer ihren Führerschein verlieren. Gut, soviel zu den Nachrichten dieser Woche. Ich habe noch ein paar Termine. Am Montag, den 1. Februar, trifft sich die DHV Ortsgruppe in Mannheim. Und dann gibt es in Frankfurt einen ganz interessanten Termin. Und zwar Hanf legalisieren, Fragezeichen, Vorträge und Podiumsdiskussion am Dienstag, den 2. Februar, mit einem ganz interessanten Programm. Da gibt es Vorträge von einem Vertreter vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Die sind immer für vernünftige Meinungen gut. Und Katharina Walter von der Grünen Hilfe in Bayern. Podiumsteilnehmer Dr. Heino Stöfer, Professor Dr. Heiner Stöfer, auch der Vorsitzende von Akzept e.V., auch ein hochkarätiger Mensch sozusagen. Die CDU Frankfurt ist vertreten, die Hanfinitiative Frankfurt und die Piratenpartei Frankfurt. Also das wird wahrscheinlich eine interessante Diskussion. Geht doch da mal hin. Frankfurt am Main. Und in Ottobrunn in Bayern gibt es eine Diskussionsveranstaltung der Frauenunion zu Cannabis. Auch das ein interessanter Termin. Frauen sind sowieso eine Gruppe, die noch verstärkt überzeugt werden muss. Ich habe das bei den Umfragen mal erwähnt. Da ist die Skepsis noch besonders groß. Und bei den Frauen in der CSU vermutlich eine schwierigere Zielgruppe kann es wahrscheinlich gar nicht geben. Aber selbst die öffnen sich jetzt dem Thema zumindest was Diskussionen angeht. Und sie wünschen sich auch eine breite Beteiligung von allen möglichen Interessierten und von Betroffenen und so weiter. Also Ottobrunn, heißer Tipp, die Frauenunion geht da hin. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen grusamen Abend. Spektakulärer ist allerdings noch eher, dass auch ein Abgabemodell zur Cannabisabgabe mit drin steht. Ein Punkt, was wir bei vielen anderen Städten diskutiert haben. In Thüringen wäre das tatsächlich, wenn die das so verabschieden, das erste Flächenbundesland in Deutschland, nachdem Bremen ja als Stadtstaat den Vorreiter gemacht hat.